So, hallo zusammen, zu einem neuen Park. Schön seid ihr wieder dabei und wir stehen da vor einem Tor der Maulwürfinn. Und da gehen wir jetzt gleich rein. Dann gehen wir schauen, was die wollen. Was wollt ihr? Ich muss mit der Maulwürfinn sprechen. Sie erwartet euch nicht. Sie wird hören wollen, was ich zu sagen habe. Na schön, aber lasst eure Hände da, wo ich sie sehen kann. Okay. Wir müssen ja Sie gewarnen, es gäbe eine Ratio. Äh, wir müssen Sie gewarnen. Asadi Abtrüniger noch nicht tot? Ich rechne damit, dass ihr inzwischen tot. Wenn ihr lebt so lang. Vielleicht sogar erreicht mein Alter. Aber ich nicht empfehle, wenn Knochen schmerzen jeden Morgen und man kaum noch was verträgt. Man verflucht Götter, dass sie einen am Leben lassen. Also ihr seid gekommen, um Maulwürfin zu warnen? Woher wusstet ihr das? Die Maulwürfin weiß immer. Geflüster reist in Wind und Stimmenhallen wieder in Boden. Es heißt, Razzia findet statt. Natürlich, niemand weiß sicher. Asadi bleiben gewöhnlich aus Altstadt heraus. Angst, dass Krawall die Folge, Ordnung von Dingen gestört. Angst, dass Leute erheben gegen sie. Aber Zeiten ändern, ob Asadi Angriff kommt oder nicht. Maulwürfin ist vorbereitet. Keine Sorge um sie. Maulwürfin hat Baue. Außerdem könnte Zeit sein, Mercuria ganz zu verlassen. Infernalische Maschinen, die euer Volk baut, lassen Pilz von mir zu Berge stehen. Sie knistern, sie brummen. Sie sind Gegenteil von Magie, lassen Kopf von Maulwürfin pochen. Weißen nicht, wozu sie dienen und was geschieht, wenn alle fertig. Aber die Maulwürfin mag nicht, mag kein bisschen. Etwas kommt, Kieren von Rebellen. Ich rieche. Ich fühle mit Schnorrhaaren in schmerzenden Knochen von mir. Etwas Unnatürliches, etwas Mieses ist kein Platz in Mercuria für Magie oder für Magische. Nicht mehr. Nein. Ob Asadi Angriff kommt oder nicht. Wird Zeit für die Maulwürfin, andere Baue zu graben. Oder vielleicht zurückzukehren. In Geburtsbau altes, vertrautes Loch zum Schlafen zu finden. Zu schlafen, bis Schatten vorüber ist. Oder bis, bis wir alle trockene Knochen sind unter Herde. Ihr könnt eure Warnung betrachten als zugestellt. Das ist Letztes, was ihr seht von mir. Letztes, was ihr seht von Banda, den Gräbern, den Kleinen, die zur Erde singen. Mein Volk, alle fort. Ihr sagt, eure Hirtin, sie kann gern haben alles in meinem Besitz. Alle Waffen und Nahrung und Medizin. Alles, was ihr braucht, um weiter zu kämpfen. Gebt Acht auf euer Fell, Kien vom Clan Alwane. Sind dunkle Zeiten. Und ihr seid mitten im Herz von alledem. Nun, warum ihr seid noch hier? Geht, geht. Okay. Möge Boden immer weich sein unter euren Füßen. Apostel, Schicksal von Welten fällt nun euch zu. Okay. Alles klar. Dexame, die habe ich auch nicht mehr. Das habe ich nicht gemacht, also jetzt muss ich die Anna finden. Exotische Wöhle, fremdländische Kräuter, wohltuende Salben, Walsame. Jetzt muss ich die Anna finden. Von dem aus, man die Altstadt überwürgt. Ich habe die nichts magischen Arzt, nein, die euer Körper braucht. Alles zugelassen, ich verkaufe Kräuter, nächstes Mal vielleicht. Mein Stand ist immer geöffnet. Old Town. Es müsste ja im Prinzip hier unten sein, an einem Ort. Adept auf dem Leuchtturm, oder was? Oh, das könnte mal sein. Exotische Wöhle, fremdländische Kräuter, wohltuende Salben, Walsame. Das könnte jetzt tatsächlich gerade sein. Jetzt muss ich schauen, da sind nicht die Fallschlaufe. Mein Stand ist immer geöffnet, Tag und Nacht. Ich gehe da nicht durch. Wo? Hier durch muss man, wo? Ja, hier ist es. Ja, ich hoffe es ist hier, ich weiß es nicht. Der Tetzmattdorf. Ah, der Tetzmattdorf. Ah, ja ich durch. Das kann ich nicht durch. Da kann ich nicht durch. Und dann das Bootli nehmt er so. Nein, nein, nein. Das habe ich schon gemeint, dass ich nichts gefunden habe. Aber das ist nichts. Oh, da hat es eine Leiter. Nein. Ja, ja, alles. Dann. Wo können wir denn herreden? Das ist eineische Wand. Ja, das ist auch schon, ich bin auch schon. Das wird auch nicht. Nein, nicht. Nichts. Äh, 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 äh. Äh! Was machst du da? Aber das ist ja nicht dran, und dann ist ja das Radteilig. Kann ich mir doch... Ja, ja, warte ich mal. Irgendwo. Was ist das? Was ist das? Was ist das, oder? Oh, oh. Etwas, das euch bis zum Tee über die Runden hilft. Ein Mitternachtshappen. Frühes Frühstück. Was ist das da? Nein. Mein Stand ist immer geöffnet. Tag und Nacht. Nein. 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 Oh, kann ich da auch? Nein. Schade... Schade. Was andersrum... Aber da bin ich dann wieder nicht mehr in Altstadt, das muss schon hier unten sein, das muss hier unten sein. Ich habe die nicht magischen Arzneien, die euer Körper braucht. Alles zugelassen und genehmigt. Keine Hexerei! Exotische Wühl, fremdländische Kräuter, wohltuende Salben, Walsame. Ja, ja, wer sucht, er findet. Okay. Da was ich, da was ich, da was ich, da was ich. Gut. Das ist ja nicht. Gut. Ich habe einfach überall geschaut. Gut. Ich habe gar nichts anderes. Warum ich nicht eingehe? Auch nichts. Ja, aber einfach irgend so einen kleinen Hinweis könnte sie gehen, ehrlich. In so einen... Ja. Irgendwo, wo wir die Staltstadt überblicken. Super. Oder vielleicht bin ich einfach nur zu blöd. Ist ja möglich. Ach. Mein Stand ist immer geassert zwischen Tag und Nacht. Ich kann die Wienis holen. Ich kann die Wienis holen. Ich kann nicht nur gut gehen, mir auf die Wienis holen. Ich kann nicht mehr gehen. Ich kann nicht mehr gehen. So, da bin ich gerade wieder, ich bin hier schunen gekommen, frisch, fröhlich und wir sehen hier stehen, unsere liebe Anna. Jetzt bin ich da heute eine vierte Stunde rumgeschunen, da ist sie. Ich habe natürlich noch einen Turm gesucht, aber da auf die Terrassen bin ich nicht gekommen. Aber ich habe sie gefunden. Jetzt gehen wir schauen, was sie wollen. Eine nette Aussicht, nicht wahr? Ich fand Makuri ja schon immer schön, vor allem im Sommer. Die Metallröhren sind natürlich ziemliche Schandflecke. Und dieser Turm, eigentlich gefällt mir der Turm ganz gut. Weshalb wolltet ihr euch mit mir treffen? So ungeduldig. Das wart ihr immer. Ich habe etwas für schlechte Zeiten aufgespart. Eigentlich jemanden. Und ja, das Wetter ist gerade nicht schlecht, aber die Vorhersage für heute Abend klingt übel. Äh, was? Sie weiß etwas darüber, was heute Abend geschieht. Jemanden für schlechte Zeiten aufgespart? Es gibt da einen Assadi-Offizier. Hochrangig. Ein Hauptmann. Er hat eine Übereinkunft mit einer jungen Frau in der Altstadt. Einem Nichtmenschen. Er treibt's mit einer magischen? Eloquent. Aber ja, er treibt's mit einer magischen. Wir wissen beide, was mit seiner Karriere wäre, wenn jemand das herausfände. Sie würden ihm seinen Rang aber kennen. Ihn verhaften, foltern, wahrscheinlich zum Tode verurteilen. Und das alles für ein kleines, blaues Mädchen und ein bisschen exotischen Sex. Euer Volk ist so vorhersehbar, Assadi, so leicht zu kompromittieren. Wisst ihr, je mehr ihr verbietet, desto mehr verlockende Sünden gibt es. Ihr seid ein Volk von Unterdrückern, ein Pulverfass, das leicht hochgeht. Aber wie wird uns diese Information nützen? Heute hat der Offizier seinen Tag mit der jungen Dame. Sie hat ein Zimmer beim Zwielichtskai. Unser spitzer Hauptmann geht nie allein hin. Der Trottel bringt seinen uniformierten Knappen mit und lässt ihn wache stehen. Praktisch ein riesen Pfeil, der auf die richtige Tür zeigt. Würdet ihr den Hauptmann in einer delikaten Lage vorfinden, gäbe es keine Grenzen dessen, was ihr erreichen könntet. Weshalb gebt ihr mir diese Information? Ihr hättet selbst davon profitieren können. Ich brauche weder Geld noch Druckmittel. Aber ich dachte, ihr könntet das nutzen und herausfinden, was los ist. Es vielleicht unterbinden, ein paar Leben retten oder ein paar nehmen. Ich dachte, ihr hättet nichts für den Widerstand übrig. Das habe ich nie gesagt. Und auch nicht das Gegenteil. Aber vielleicht habe ich etwas für andere Dinge übrig. Was? 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 Das war's... Das war's... Im Namen des Schattens! Ihr seid aus dem Nichts aufgetaucht. So spät solltet ihr nicht mehr hier sein. Das haben die nicht so gern. Ich glaube, die Staaten jetzt hier hoch sind. Irgendwie. Näe. Hier. Die letzte Woche komm ich zum ersten Mal seit Monaten. Hallo? Hallo? Ha ha ha. So gehen wir noch aus dem Löwen statt. Oh Gott, wie das. Ich kann noch nicht bis zu sein. Wir gehen Goodtour. ich habe gehört wir kriegen bald besucher außer dir wäre das wohl sein könnte vielleicht hätte der general zurück wäre mir nicht unlieb ist sowieso nicht was ich vom kommandanten halten die suche geht weiter die suche geht weiter ja es kann sich nur um stunden abend lassen da steht er innen hier finden offizielle angelegenheit nassari statt ihr solltet euch umdrehen und gehen ein weg für ablenkung zu sorgen die mäuse mit den mäusen da nicht die mäuse zu diesem jagen hast du nicht angst vor den mäusen geht weiter ihr gibt es nichts zu sehen schade die mulwöfin ist tatsächlich müus mulwöfin ist tatsächlich ungetaucht so hallo habt ihr diesen überläufer gefunden den ihr gesucht habt nein aber das war meine schuld ich habe den falschen identifiziert unsere gesamte mission war also zeitverschwendung sicher nicht wir kriegen ihn irgendwann und ich konnte sehen wie ohne hilleres zu seinen anhängern gesprochen hat das könnte uns von nutzen sein gut seid ihr auf einer weiteren mission vielleicht es tut mir leid junge aber ich bin ziemlich beschäftigt lasst mich helfen das ist dann gut ja ich werde ihn nicht mehr gefahren der junge könnte sich als nützlich erweisen aber ich weiß noch nicht wie ich brauche gerade keine hilfe aber wenn sage ich dir bescheid klar ist ja nicht so dass ich was besseres zu tun hätte aber jetzt von tippen habt ihr eure meinung geändert braucht ihr meine hilfe jetzt der junge könnte sich als nützlich erweisen aber ich weiß noch nicht wie ich brauche gerade keine hilfe aber wenn sage ich dir bescheid klar ist ja nicht so dass ich was besseres zu tun hätte ich muss etwas mit dem gear mit los hier ist makurias führende zauberschnitterin bereit die zauberschnitterei genau nach eurer bestellung auszuführen was kann ich für euch tun mein freund wie wäre es mit einer leckeren zauberschnitte auf eurem schild steht zauberschnitten und feuerblumen ach ja früher habe ich die besten feuerblumen in der altstadt gemacht spektakuläre dinger die den nachthimmel erhellten wunderkerzen und leuchtfeuer böller und sternenregen aber das war einmal fürchte ich alchemie fällt heutzutage wohl unter die definition von magie und ist daher strikt verboten ich kann euch jedoch eine köstliche zauberschnitte machen garantiert magie frei und ohne schnittwunden ich habe früher schon feuerwerk gesehen es ist spektakulär und macht eine menge krach eine perfekte ablenkung sehr gut gib mir das an die wildblumen ich möchte gern eine eurer feuerblumen kaufen da kann ich euch nicht helfen fürchte ich die assadi haben den gebrauch von leuchtfeuern böllern wunderkerzen und sternregen untersagt die gesamte alchemie was ist mit den zutaten ich bräuchte nur einige eurer pulver und mir sind die hände gebunden mein freund oder zumindest werden sie das falls ich euch welche von meinen alchemistischen pulvern und trinken verkaufe die anordnungen sind ziemlich klar es darf keinerlei handel mit magischen gegenständen geben es dürfte sogar besser sein wenn ich diese chemikalien nachher wegräume an diesem ort wimmelt es von bettlern und dieben indische asch kröten krötenhoden ist das wahr krötenhoden was macht ihr da mein freund wollt ihr mich etwa bestehlen ihr seid doch sicher kein dieb ein gross akut gebauter kerl wie ihr mhm ne ne er hat auch nur mehr auf den krötenhoden hehehehe ich hab leckeres aus dem ganzen nordland und aus der karte jetzt muss ich da weisst was lenkt die mal ab da hab die eure meinung geändert braucht ihr meine der junge könnte sich als nützlicher ich brauche gerade klar ist ja nicht so dass ich was besseres zu tun hätte so ein bisschen da knuspriges bitterblatt und alles in einem korschen hefebrötchen na kann ich euch mit einer selbst wenn ich hungrig wäre klingen diese zauber schnitten recht dubios aber wenn es dabei hilft sie abzulenken ich nehme eine eurer zauber schnitten wunderbar kommt hier rüber mein freund an meine zauber schnitten theke kommt hier rüber mein freund und wir können loslegen kommt das ganze auf ein gebratenes fladenbrot auf ein gedämpftes hefebrötchen oder in eine gebackene getreide tasche was war das noch gleich gedämpftes blödchen brötchen heftige hinterbacke ich meine geheftetes brotdämpfchen beim gleichgewicht gedämpftes hefebrötchen kommt sofort gut hey was macht ihr ich hab doch gesagt ihr sollt da stehen bleiben oh gut ihr seid zurück jetzt bleibt aber stehen habe ich nicht gesagt ihr sollt still stehen bleiben und euch nicht bewegen eine zauberschnitterin muss völlig konzentrieren hey hey was ist mit eurer zauberschnitte das wurde gerade eine meiner besten kreation aller zeiten aus herum nochmal ah ihr seid zurück wollt ihr eure zauberschnitte oder nicht ich wollte ich will gut ich führe meine zauberschnitte rein hier nicht da drüben sondern genau hier so fleisch heute habe ich äh geräucherten elkwann eingelegten salzwasserbeisser und kätzchen carpaccio äh biß ein bis eines ausgewachsenen salzwasserbeissers bedeutet für das opfer einen qualvollen langsamen tod wir hatten manchmal gekochten elkwann in der mönchsfeste er schmeckte nach schuhwerk und ganz gleich wie lang und fest man darauf rumkaute das fleisch kaputt kätzchen ein bis eines ausge wie stehen meine chance mit dem eingelegten beißer ordentlich bis gut die salzlake verdünnt das gift die meisten spüren geringe bis gar keine nebenwirkungen hohesfälle sind sehr selten allerdings kann zu viel salz mit der zeit zu organversagen führen doch bislang hatte ich keine beschwerden wie viele beißer schnitten habt ihr schon verkauft das wäre jetzt meine erste bei der gött na schön und nun ein schuss hier und eine prise davon ich kann keine richtige zauber schnitterei ausführen die zauber schnitterei beginnt gleich seid lieber noch nicht satt seid lieber noch nicht tot das zauber schnittermesser schneidet euer Brot zur sonnenseite käse soll sie halt etwas warten die zauber schnitterei ist irgendwas war das ähm gekreisch wie wäre es mit ein paar fermentierten monsagen dazu äh zauber schnittere das ist eine empfindliche Kunst nur dass es ist ein mitternachtshappen frühes frühstück topischer touch und ein quäntchen von diesem möchtet ihr ein bisschen knuspriges bitterblatt ja ja alles solange sie abgedrückt mit hervorragend habe ich nicht gesagt ihr sollt stillstehen da seid ihr ja ich möchte euch noch einmal daran erinnern stillstehen zu bleiben und nicht herumzulaufen während ich mich der empfindlichen Kunst aus der zauber schnitterei wird mhm Häppchen Gaumenfreude lecker bis hin seid lieber noch nicht tot seid lieber noch nicht tot das zauber schnittermesser schneidet euer Brot zur sonnenseite käse mit der anderen das Fleisch die zauber schnitterei ist ich habe leckeres aus dem ganzen Nordland und aus dem fernen Achadien jetzt habe ich eine tatsächlich gut hier bitte genau wie bestellt größtenteils ein paar Änderungen musste ich vornehmen Denkt daran gut zu kauen und schluckt nichts pfff sollte euch irgendetwas Unwohlsein bereiten dürfte ein Löffel Essig abhilfe schaffen falls nicht sucht bitte umgehend einen Arzt auf hier ist Makurias führende Zauberschnitterin bereit die Zauberschnitterei genau nach eurer Bestellung auszuführen in Sadir nennt man so etwas Meister sie werden oft vor Tempeln, Kasernen und Schulen verkauft aus dem ganzen Nordland aus dem ganzen Nordland und aus dem ganzen Passat hier also wir können jetzt etwas mit dem machen habt ihr eure Meinung geändert? er könnte sich tatsächlich als Netzwerk jetzt kann ich das nehmen du möchtest helfen? ja selbst wenn es gefährlich ist? na was glaubt ihr denn? was weisst du über Feuerwerk? ihr meint Feuerblumen? ich weiss alles mein Vater macht jedes Jahr zum Wendefest bakchevanische Kerzen na schön komm mit ja ok cool aber das machen wir im nächsten Part dann machen wir da kurzen Schnitt und bis dann tschüss ich habe den nicht magischen Angst ich habe das ganze Zeit ich habe das ganze Zeit